Was ist der Zusammenhang zwischen C-reaktivem Proteintest und Diabetes? C-reaktives Protein wird von der Leber produziert oder synthetisiert und befindet sich im Blut. Der Gehalt an C-reaktivem Protein im Blut steigt in direkter Korrelation zu den Wirkungen eines Stresssauers in Form einer Entzündung. Der Zusammenhang zwischen dem C-reaktiven Proteintest und Diabetes besteht darin, dass die Überwachung der Rate der Produktion des C-reaktiven Proteintests nützlich ist, um das Auftreten von Diabetes vorher zu sagen und um die Krankheit wirksamer zu behandeln. Eine Entzündung ist eine Reaktion des Körpergewebes auf Reizstoffe, Aktivitäten von Krankheitserregern und jede Art von Schädigung der Zellen. Daher spielt der C-reaktive Proteintest eine wichtige Rolle bei der Messung des Fortschritts einer Krankheit. Darüber hinaus können Angehörige der Gesundheitsberufe beurteilen, wie effektiv eine Behandlung ist. Wenn der C-reaktive Proteingehalt des Patienten weiterhin erhöht ist, bedeutet dies, dass die Entzündungsquelle die Entzündungsreaktion unvermindert auslöst. Es ist diese Funktion als Marker zur Messung des Gesundheitszustands, die als Verbindung zwischen dem C-reaktiven Proteintest und Diabetes dient. Diabetes ist eine lebenslange Krankheit, die zu anderen gesundheitlichen Folgen führt, wenn sie nicht richtig behandelt wird. Einige dieser Konsequenzen umfassen kardiovaskuläre Komplikationen wie Arteriosklerose und Erkrankungen der Herzkranzgefäße. Ein hochempfindlicher C-reaktiver Proteintest kann helfen, festzustellen, ob ein Risiko für eine solche Komplikation besteht. Eine Entzündung kann zur Schädigung der Arterien aus Kleidung führen, indem sie die Ansammlung von Arteriosklerotischem Plag verursacht, wodurch ein Herzinfarkt wahrscheinlicher wird. Diabetiker mit besonders hohen Testwerten für C-reaktives Protein leiden häufiger an Herzinfarkten oder Schlaganfällen als Diabetiker mit niedrigeren Testwerten für C-reaktives Protein. Sie haben auch eine größere Wahrscheinlichkeit für andere kardiovaskuläre Ereignisse wie Angioplasty oder Bypass-Operationen. Ein weiterer Zusammenhang zwischen C-reaktivem Proteintest und Diabetes besteht darin, dass ein hohes Maß an C-reaktivem Proteintest auch auf das Auftreten von Typ 1 Diabetes hindeuten könnte. Typ 1 Diabetes tritt auf, wenn die Bauchspeicheldrüse nicht die erforderliche Menge Insulin produzieren kann, um einen gesunden Blutzuckerspiegel aufrecht zu erhalten. Es wird auch häufiger bei Kindern als bei Erwachsenen diagnostiziert. Kinder, die an Typ 1 Diabetes erkrankt sind, haben häufig einen hohen Grad an C-reaktivem Proteintest, bevor ihr die Krankheit einsetzt. Dies ist eine Art Indikator für das Fortschreiten der Krankheit. Die Kenntnis des Zusammenhangs zwischen C-reaktivem Proteintest und Diabetes hilft Ärzten, die Gesundheit schwangerer Frauen zu verwalten. Einige schwangere Frauen, die im ersten Trimester einen hohen Gehalt an C-reaktiven Proteinen aufweisen, haben möglicherweise ein höheres Risiko, an Schwangerschaftsdiabetes zu erkranken. Wenn ihre C-reaktiven Proteinwerte sehr hoch sind, müssen die Schwangeren möglicherweise Insulininjektionen verabreicht werden. Zu den Menschen mit dem höchsten Risiko, an Herzerkrankungen zu erkranken, gehören Diabetiker, Männer über 45, Frauen über 55, übergewichtige und genetisch veranlagte Personen mit Herzinfarkt. Menschen mit hohem Blutdruck sind ebenfalls gefährdet. Gesundheitsexperten empfehlen, dass Personen, die in diese Gruppen fallen, auf einen C-reaktiven Proteintest untersucht werden sollten. Das Ergebnis eines C-reaktiven Proteintests bestimmt die nächste Vorgehensweise, die ein Arzt einleiten wird.